Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Das ist doch schön. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witcher. Nummer 3. Ziegen sind natürlich auch wieder mit dabei. Reifen, na? Kann auch ganz andere Sachen machen, Mädel. So, dann schaffen wir es mal hier hoch. Und mal gucken, was der Baron jetzt zu sagen hat. Ja, mach mal Platz hier. Hm, ich gehe mal gerade die Rüstung nochmal aufwerten. War das nicht hier irgendwo oder auf der anderen Seite? Da hinten war es genau. Ich muss mich an die Symbole nochmal gewöhnen. Einmal. Zweimal. Wer weiß, was jetzt kommt. Kann ich wieder speichern? Gut. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Was gibt's grauer? Hätte ich tatsächlich, glaube ich zumindest. Oh gut, dann gehen wir mal rein zum Baron. Die ziehen sich hier schön einen durch. Finde ich nett. Obwohl nicht wirklich. Weiß nicht, ich hab so an... Hier sind bekiffte Leute relativ unsympathisch. Meistens. Da komme ich mit alkoholisierten Leuten besser klar. Wenn man das mal so ausdrücken oder vergleichen will. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Pots, Pestilenz. Warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen. Ein Dach über dem Kopf. Ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen. Nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Ja, das denke ich tatsächlich. Ihr Hexer mögt die Welt schwarz-weiß sehen. Wir normalen Leute sehen sie in Graustufen. Wie meine Familiengeschichte. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut. Ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Anni. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren. Und dann ging ich nach Cedaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etaine erhoben. Und Volltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast drei Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Evan. So ein Hundesohn. Verdammt, verstehst du nicht. Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen. Aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fass vor. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte. Griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach zwei Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ah, ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Deine Frau ist als Dienerin bei den Moomen. Was zum Henker meinst du? Was für Moomen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Sie sind nachts zu Ross geflohen, retten am Wald vorbei, als ein Monster der Moomen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster? Verflucht. Und Tamara, war sie verletzt? Nein. Den Göttern sei Dank dafür. Und was ist mit Annie geschehen? Das Monster hat sie in den Buckelsumpf verschleppt, sie aber nicht verletzt. Anna scheint es dort sogar zu gefallen. Zu gefallen? Was soll der Unfug, Hexer? Was zum Teufel treibt sie da im Sumpf? Sie hat mit den Moomen einen Pakt geschlossen und nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Moomen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Moomen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Moomen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum. Du scherzt wohl. Wir müssen sie retten. Wir können sie nicht dort lassen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Moomen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich hab meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Na, dann schauen wir mal. So, töten wir den Basilisken. Wir sind... Oh. Ein wenig angeschlagen. So, genau. Lande mal. Das ist nett. Feines Viech. Verdammt! Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Ja, das mit dem Verdammt, das klang schon relativ lustig, muss ich ja gerade sagen. Oh, Wölfchen. Danke. Ja, können wir, glaube ich, eh nichts plündern. Hm, Siegenfeld. Trinkt ja nichts. Wir haben ja kein Inventar. Hallo, Pferd. So, dann speichern wir mal fix. Oh nein, ein unüberwindbares Hindernis. Wir kommen nicht durch diesen Wagen durch. Können wir tatsächlich nicht. Warum eigentlich nicht? Dann zur Turmspitze. Mhm. Vielleicht ja hier rüber. Ja, ich glaube, da können wir hochklettern. Na komm. Oh, Hurensohn. Na los, Hurensohn. Komm her. Ja, ich gucke! Ah-hurensohn. Ah-hurensohn. Ah! Ah-hurensohn. Ah-hurensohn. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt Jetzt sind wir quitt Du musst nicht gehen Du bist hier in guter Gesellschaft Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich Ich muss los Ich werde von Geistern verfolgt Von der wilden Jagd Es war dumm, die Macht anzuwenden Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln Und nachts darf niemand nach draußen gehen Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter Und dann? Wir werden sehen Sie stieg aufs Pferd und tritt davon Ohne sie war es hier ganz schön einsam Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt Sie war auf der Suche nach einer Zauberin Und die sind alle in Novigrad Außerdem habe ich sie nicht den Redanian ausgeliefert Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben An wen war der Brief gerichtet? An niemanden Der war so wie dieser ihr Wenn man ihm den Kerlen an der Querung zeigt Lassen sie einen durch Der ist für mich Warum sollte ich dir die Sache erschweren? Der Brief wird dir bei der Suche nach deinem Kind helfen Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt Früher diente ich in der Temerischen Armee Die Flussquerung wird doch von Redanian bewacht Stimmt Aber mit etwas Ruhm und einem Freund Hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist Danke, dass du ihr geholfen hast Es ist nichts Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest Du musst in Eile sein Aber wenn du... Na los, sag schon Ich will Anna befreien, sie zurückbringen Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist Du hast wohl nicht zugehört Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord Ich weiß Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten Aber komm mit mir Und ich werde großzügig sein Sehr großzügig Hm, ein paar Münzen extra schaden nie Ah, da hast du allerdings recht Ich versammle meine Männer bei Niederwirr Schließ dich uns dort an Verstanden Klingt gut Was zum... Da bist du ja Wieder entkommen Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg Was war das? Sag du's mir Mensch oder Monster Meine Männer nennen ihn Uma Halten ihn für ein Monster Doch für mich ist er ein Mensch So verschlagen wie Ardal Uma? Seltsamer Name Ja, seltsam Aber er hat uns keinen anderen genannt Du meinst, er kann sprechen? Er nicht Es war so Ich fragte ihn nach seinem Namen Er saß da, sagte kein Wort Und versuchte sich einen C in die Nase zu stecken Also nahm ich seine Hand Blickte ihm in die Augen und fragte Wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte Oh... Uma? So kam er zu dem Namen Hm Sieht nicht wie ein Monster aus Aber mein Medaillon vibriert Seltsam Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen Du warst voll ziemlich verzweifelt Wenn du um ihn gespielt hast Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer Er war der Spieleinsatz Und wir spielten Wenn jemand verzweifelt war Dann der ehemalige Herr des Burschen Lustige Geschichte Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist Zum Ausruhen Und um die Freuden der Stadt zu genießen Übernachtete in einer Taverne Wo einige Leute spielten Und machte mit Die Karten meinten es gut mit mir Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten Nahm die Idioten aus Ein Händler hatte besonders viel Pech Hatte alles verspielt Was er von Skellige mitgebracht hatte Wollte unbedingt noch eine Runde spielen Und ich stimmte zu Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde Und er zeigte mir diesen Tropf Für mich war nicht viel drin Aber ich dachte Scheiß drauf Gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen Er hatte kein Glück Und Uma landete auf Krehenfels Ende der Geschichte Urkomisch Wirklich zum Todlachen Pah Du könntest eine gute Geschichte Nicht mal von einem Furz unterscheiden Ein richtiger Baron Sogar mit einem richtigen Narren So ist es Aber ich hab das Gefühl Dass mit ihm was nicht stimmt Warum denn? Nun, er scheint mir Tier als Mann zu sein Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein Aber er sieht nicht gefährlich aus Hm Denke, das war's dann Ist nicht viel Aber solange er keinen Ärger macht Dient er den Jungs als Zeitvertreib Ich muss aufbrechen Leb wohl Leb wohl Hoffentlich findest du deine Tochter Und sei ihr ein guter Vater Und sei ihr ein guter Vater So, noch eine Rungenschaft mitgenommen Nach Skellige machen wir dann später Hm Für wann ist'n die Ich war die ganze Zeit bei dem Baron Du Trottel Ähm Mal grad nachschauen Für wann ist'n die Norwegengrad Okay Stufe 16 Norwegengrad und Skellige Hätten wir jetzt zur Auswahl Scheiterhaufen Triss Ja, das könnten wir dann langsamer machen Ähm Rückkehr in den Buckelsumpf Könnten wir sogar noch machen Das ist schön Hm Hm Und dann halt den letzten Kampf Verteidiger des Glaubens Ja Freiwillige, was ist das denn In der Umgebung Hm Jo, ich würd' sagen Dann machen wir das mit dem Buckelsumpf Dann hauen wir die Mal noch platt In der nächsten Folge Oder in einer der nächsten Folgen Wer weiß, wie lange das dauert Wie gesagt, wieder mal In der Folge jetzt grad mit viel Sequenzen Und wenig Gerede Aber Finde ich halt auch mal ganz schön Für zwischendurch Danke fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Und seid beim nächsten Mal Wieder mit dabei Bis dahin Macht's gut Und Ciao, ciao